Eine fast schon typische Situation. Momente, die Carsten Janker richtiggehend herbeiarbeitet. Da hat er ihn, eingehakt, zieht ihn weg. Naja, wir nehmen ihn gerne, aber durchatmen. Also es gibt Schiedsrichter, die das nicht pfeifen, aber Ballack macht das Tor. Nur noch 2 zu 1. Deutschland meldet sich zurück. Und um dieses Elfmetertor machen wir mal ein kleines Schleifchen, weil es ja ein bisschen als Geschenk daherkam.